Ja Leute, da wären wir wieder zurück zu einer neuen Folge One vs One und ja, heute mal wieder auf Gommel würde ich sagen und mal wieder alleine, ja genau, das ist ja jetzt die letzte Folge und ich brauche noch eine auf jeden Fall, deswegen muss ich die ja auch gerade im Zeitstress mehr oder weniger aufnehmen. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt hier einen Gegner kriege, ja, hier, los, du, komm, hä, quit verlassen, shit, kommt jetzt hier mal jemand, Mann ey, das kann doch nicht sein, ja, ein Thema habe ich jetzt noch nicht direkt, oh Leute, da ist er, aber ja, vielleicht fällt mir noch ein Thema ein, das Ding ist, ich habe halt echt nicht viel Zeit gerade zum Aufnehmen und will die Folge noch machen und ja, dann hoffe ich mal, dass es nicht so lag wie sonst, ne, wenn ich irgendwie ein bisschen mehr hier treffe und so. Alter, das kann doch nicht wahr sein, ja, er mit seiner Angel, das ist doch nicht Rod like Robnik hier, ja, habe ich schon wieder auf dem Server gerade vorhin gesehen, ach du Scheiße, Alter, ich mache nicht einen fucking Hit, doch jetzt, Alter, ich habe einen Hit gemacht, das war meine Genugtuung, ja, Alter, das reicht mir irgendwie, irgendwie bin ich dann immer voll froh, wenn ich einen Hit mache, so, ne, naja, egal, die letzten Folgen waren ja mit Rätsel auch wieder, ne, die letzten beiden, die habe ich gestern erst aufgenommen, aber ich muss jetzt nicht mehr, mich hier ziemlich beeilen gerade, ähm, ich hoffe, ich kriege mal wieder einen schlechten Gegner, guck mal, der sieht doch so aus, ja, komm, so, nicht, das, das, ne, hast du Bock, äh, ja, vor allem, I'm hyped, ne, äh, ja, da war wohl nicht so hyped, äh, ja, irgendwie auf Gomme gibt es halt nicht so eine Warteschlange, ne, das ist halt immer blöd, also, für so Folgen, dann erst mal einen Gegner zu finden, das ist immer gar nicht so einfach, äh, ja, hier stehen alle nur rum, ich musste hier weiter vorne suchen, Oh, Leute, er hat einen Alex-Skin, das ist, äh, Steve-Skin, das ist gut, ja, geil, vielleicht spielt er schlecht, aber vielleicht hat er nur noch extra rausgenommen zur Verwirrung, ja, damit alle denken, sie müssen sich keine Mühe geben, so, obwohl, naja, das Skill hängt natürlich nicht vom Skin ab, ne, vielleicht hat er dann auch einfach nur vorübergehend raus, den Skin, und ich meine, das ist vielleicht immer noch besser als so ein Skin, den ich hab, ne, aber guck mal, der trifft keinen Fall, geil, Ehre, ah, ich treffe auch nicht, Ah, guck mal, da hat die Taktiken drauf, was ist das denn für ein Kampf gerade, eh, ganz ehrlich, das geht mir schon wieder so übelst auf den Sack, so, so, okay, na, komm, geh in die Lava, äh, hallo, warum schüttet der hier Wasser aus, da hinten, das scheint echt nicht gut zu sein, so, keine Ahnung, alter, scheiße, ich scheine noch schlechter zu sein, ne, ja, Da liegt halt das Problem So, jetzt hab ich, jetzt kann ich mir seine Lava theoretisch gönnen Lol, der hittet ja nicht einmal zurück Geil, eh, gegen den will ich öfter spielen Hä, aber warte mal, da macht mir gerade übelst viel Schaden Hä, wieso geht der nicht down? Als ob der Goldapfel so viel ausmacht Lol Hab den einfach mal weggefegt jetzt Aber, der hat schon relativ viel Schaden gemacht zwischendurch, irgendwie, aber er hat mich halt nie getroffen, ne, naja, egal, war ein lustiger Kampf Ähm, ja, vielleicht hat er noch mal Bock Na los Komm, ich will noch mal gewinnen Jetzt sagt er nein, oder? Ne, doch, er sagt ja, lol, geil Na los Dann gucken wir noch mal Diesmal werde ich mir noch mal, äh, Erd und Apfel reinziehen Schon mal gleich am Anfang Einfach so Weil, das hab ich halt jetzt, letzte Runde bin ich nicht dazu gekommen Und ja, alter, als ob ich ihn getroffen hab, ist ja geil Warte mal, ich mach mal ein Thumbnail von ihm Das ist eine Legende, ja Der Let's Freak Ja, los Ey, was ist das für ein Ehrenloser Das nickt mir zu Und dann geht er so ganz gechillt hin zu mir Und will mich in Lava setzen Ja, cooler Typ So Alter, hä, als ob ich da gewinne Ich hab voll die Legs und die Ruckler, ja Kann eigentlich gar nicht spielen, aber er macht keine Hits Hä? Lol, was war das denn? Hä? Alter, ich fühl mich grad voll stark Ja Voll krass Oh Oh Mann Ja Ich hatte ja schon mal eine Folge, ne Wo ich auch so ein, äh Ich sag mal, Noob hatte, ne Als Gegner Das ist manchmal voll, voll beruhigend, so, ne Dass es doch noch Leute gibt, gegen die ich ankomme Ja, nicht nur Rietze, der einen einfach wegfegt Vom Platz, ne Bis auf eine Runde, letzte Folge oder vorletzte Da hab ich ja einmal gegen ihn gewonnen Das war voll geil Mit dem Kit von Nils Kevin, ey Ehrenmann So, ähm Ja, jetzt gucken wir mal Äh, was kann ich hier machen Ich würd sagen, ne Also, so auf 6 Minuten mach ich heute die Folge Äh Der Typ, der hat Bock Hab ich gehört Komm, machen wir wieder das UHC-Kit Als ob der jetzt gerade offline ist Oh, ey Na, der ist eh offline Oder AFK Äh Ich weiß nicht Mit dem Sub-Kit will ich eigentlich grad nicht Ich versuch mal angeln Oh, hier Alex-Skin Ich hol mir nur die Alex-Skins, ne No-Hit-Delay Alter, wer will Ich hab keinen Bock auf No-Hit-Delay Das könnt ihr vergessen So, du vielleicht Du kannst da In einer Cree-Wee ist Ach, man kann sich in eine Cree-Wee hinzufügen Hä, als ob das geht Das wusste ich gar nicht Komm, du Komm Ja, endlich Ja, nice, ey Manchmal dauert das einfach so lange, bis man einen Kampf hat Das hat jetzt wieder eine Minute gedauert fast Ja Das kann nicht sein Na, ich versuch den Kampf ein bisschen länger zu machen Dass das jetzt der letzte ist, ne Für heute Und, ja Alter Der scheint schon wieder besser zu sein hier Ja, alter What the fuck Was, was macht der auch Alter Na gut, er läuft in seine Lava Das ist natürlich geil Gut zu wissen halt So Mann, ey Vorher, der war so gechillt, ne Und jetzt ist es halt wieder so Das kann ja nicht sein Hey, warum Baut er hier alles mit Koppel voll Während er sieht, dass er Dass ich einen Gold-Apfel esse No, grad hab ich mal mehr FPS, Alter Jetzt hätte ich eigentlich mal eine Chance Alter, da fegt mich einfach in die fucking Ecke Was ist mit dem? Das ist übel scheiße Alter Na, egal Ich beende jetzt die Folge Wir sehen uns beim nächsten Mal Und tschüss Ich nehme jetzt noch Master Blitters schnell auf Und da werde ich ein Resümee ziehen Und dann zu den Oldschool-Monaten Genau Und dann tschüss Untertitelung des ZDF Borunde Vielen Dank.